Und damit herzlich willkommen zurück zu Blair Witch und ja, wir sind hundelos und orientierungslos und wir werden von Krägen gefressen. Und, oh oh, was ist das? Ähm... Ja, ich glaube... Unsere Psyche. Wir haben etwas PTSD. Oh ja. Scheiße. Nicht gut. Oh nein. Was ist das? Oder... Das heißt, wir waren im Krieg irgendwo. Das ist... Gar nicht. Oh, da ist er wieder. Calm down. Oh, well. Ja, look who decided to show up. Don't leave me like this, okay, buddy? I just... I can't be alone out of here. What is it, boy? Did you find something? Ah, so we're still on Peters' trail. Good. Yeah, eat on, buddy. Gut. Kriegsveteran. Alleine im Wald, mit dem Hund. Wenn er weglaufen, werden wir irre. Nein, nicht wieder. Och, Bulle, jetzt komm. Hey, 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 Jess. Ellis? Ist alles okay? Du hast nicht so schwer. Nein, es ist... Ich bin gut. Es ist... Unter Kontrolle. Das klingt nicht so. Ellis, vielleicht sollte... Nein, ich sagte, ich bin gut. Ja, natürlich bist du. Jetzt hör'n. Ich glaube, ich habe etwas gesehen. Ich muss gehen. Ich kenne dich später. Ich bin sorry, Jess. Und... Ich muss nur sagen, dieses Spiel wäre in Deutschland gar nicht umsetzbar. Wir haben hier draußen auch mit dem Wald empfangen. Das... Nein, das ist... Unglaubwürdig. Da hast du schon keinen Empfang mehr, wenn du auch nur in die Stadt verlässt. Na, na, ab. Hundi, 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 Hundi. Was hast du denn gefunden? Ist das ein... Campsite? Ähm... Ja, sieht so aus. Hier. Eine Kamera? Looks pretty beat up. But... Yeah, I think it still works. Ja? Alice, maybe you should... No, I'm fine. I'll deal with it. I just... Need a little more time. Alice, what you need is help. I could have managed. Alice, I can't do this anymore. What? What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Didn't say I love you for five fucking minutes? Jesus Christ, Alice. Do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me. Like I'm a fucking loser. You're a sick little puppy for you to look after. Oh, hi, Alice. Get over yourself, Alice. Be a man for once. Oh, yeah, there it is. There it is. Hmm. I hope you can figure it out, Alice. I hope you can finally forgive yourself. I tried to help you, but... I just can't be around you anymore. Go ahead. Get out. Leave me the fuck alone. Oh, shit. Oh, yeah. Come on, be a man. Ellis, you got my message. You, uh, wanted to see me, sir? Better yet. I want to introduce you to someone. Bullet, meet your new partner. He's been through a lot, just like you. What? Sir, I can't. Oh, you got something else going on right now. Just take the damn dog, Alice. Yeah, yes, sir. Okay. I don't understand. Oh, did I? Did I pass out? Boy. Oh, shit. It's pitch black. Oh, I must have blacked out for hours. No, you, I'm sorry. No, no, no. Junge. Oh, how did it end up back here? Hmm. There's a tape inside. Aber... Könntest du sehen, was da drin ist. Wie stopfen wir? Ah, Space. Äh. Was müssen wir denn machen? Dass ein Feuer, was brennt? Was müssen wir denn machen? ich verstehe nicht ganz der es geht zurück mit die schmerz vor ne das war verkehrt video ansehen auf e der hinweis da vorne ist was ach so wird das war vorher noch nicht da ist wie alles klar holen holen Mom? Ich würde gerne wissen, wie ich jetzt... Ne? Ah, mit F. Ach, du ahnst es nicht. Ah, das ist ein Traum. Ähm, ja gut, machen wir erstmal Taschenlampe. Okay. So, komm. Ja. Geh vor, Junge, geh vor. Oh, das ist super hell hier. Hm? Hey, buddy, what's wrong? Hm? Ähm. Da ist irgendwas. Äh, beruhigen. 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 Schuss, 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 schuss. Es ist okay, buddy. Everything's okay. Ja, ist es was wirklich? Ähm. Undi? Da bist du. Ähm. Bleib bei mir. Bleib bei mir. Stick close to me. Easy boy, it's gone now. Oh, Olga. Okay. Ähm. Verlären wir auch Akku? Das wäre jetzt gut zu wissen. Das wäre jetzt gut zu wissen. So ist angenehmer. Okay. Was hast du denn? Ähm. 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 Da. Da. Lass du es auf. Ähm. Lass du Ellis. Komm in. Kann jemand beheirat? Go ahead, go ahead. Go ahead, goddammit Ellis. Ich habe versucht mich zu breit honn, ihr stören. Erst du kleiner und dann du. Es ist einfach nur schaue nach die j whereby jemand es fachet Wagner-er, sich in die fachlangeen, woher sind du da? Oh, wir gehen nach raufinen und beruf zu Norte. Die Geräusche gefallen mir nicht. Die Geräusche gefallen mir. Die Geräusche gefallen mir. Arthur. Easy boy, easy boy. Da vorne bist du. Was ist das? Was? Oh, okay. Okay. Komm. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay. Okay. Nee. Für später vielleicht. Los Bullitt. Los Bullitt. Äh, war da was? Nee. Bullitt. Gut. Mal selbst beruhigen. Mal ein bisschen. Ja. Wo bist du jetzt? Da. Oh. Oh, was haben wir da? Ja. Einen alten Wagen. Einen alten Wagen. Ja, komm. Ja, komm. Good boy. Now show me. Los. Ach. Ey. Ey. Throw me. Hey. Ey. 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 Das sind die Geräusche, die beiden. Boah, das Blatt. Aha, ein Ball. Mal proben. Er hat den Ball verloren. Was? Komm her. Alice, sind Sie ernsthaft? Ja, die Tape, sie machen Dinge hier, aber... Es gibt keinen Zeitpunkt. Wir müssen den Kind, er ist in gefährlich. Alice, selbst wenn das wahr ist, ich kann nicht, dass Sie allein gehen können. Sie haben keine Wahl. Schau, ich werde nichts zu tun. Ich werde ihn finden und warten, um Sie zu kommen. Nein, Alice, warte! Gott, verdammt! Hä? Da lang? Da lang? Noch mehr? Hier ist die Karre, äh... Der Bunker war... Ne, der Bunker war hier lang. Genau, da lang, da. Mal gucken, was wir da finden. Ist da jetzt ein Ball? Ist da jetzt ein Ball? Hm? Ne. Äh, müssen wir nochmal reinschauen. Die Aufnahme. Video ansehen. Ja, direkt von hier vorne. Da! 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 There it is! Bullet! Komm her! Come on, boy! Peter is in danger and we are the only ones who can help him. Ja, und dann... Bevor wir jetzt suchen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss!